Hallo, hier ist GigiGagagigu und ja, wir machen jetzt endlich weiter, wo wir aufgehört haben, mit Two Worlds und der Typ müsste uns jetzt eigentlich unseren Passierschein geben. Gut, dann wollen wir mal. Ah, schön dich zu sehen. Ich habe gute Neuigkeiten. Dein Tintenfass war in einer der verbrannten Kisten. Unbeschädigt. Hier ist es. Ah, jetzt kann ich den Passierschein täuschend echt unterschreiben. So, das hätten wir. So gut wie echt. Gute Arbeit. Vielen Dank. Lass es dir gut gehen, mein Sohn. Sehr schön, jetzt haben wir endlich den Passierschein. Aber jetzt hätten wir die Wahl, okay, jetzt hätten wir die Wahl, ähm, Dings da, den Schmugglerweg zu nehmen oder jetzt, ja, aber ich würde erst mal sagen, wir sprechen mit ihm, öffnen das Tor und dann gehen wir zum Schmugglerweg. So. Na komm. Dieser Tag ist wirklich vielversprechend. Du schon wieder. Ich habe einen Passierschein. Aber wie ist das möglich? Den konntest du doch nur in Hartmann-Dor bekommen und... Halt keine Reden und lass mich durch. Heilige Scheiße. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Genau, Alter, dir bleibt nichts anderes übrig. Mach auf. Sehr gut. Und jetzt gehen wir zum Schmugglerweg. Da räume ich erst mal kräftig auf. So, irgendwo hier hinten war das. Ah, scheiße, scheiße, guck zurück. So rum war das. Genau. Ausgangspunkt des alten Schmugglerfazien entdeckt. Und ich sehe schon Gegner. Kurz speichern und schleichen. Oh, nicht jetzt, Fraps. Komm schon. Gut, kurz Pause. Gleich geht's weiter. So, ich hoffe, es geht jetzt endlich. Ich habe gesetzt. Scheiße. Na komm. Wow, wow, wow. Was zur Hölle? Was ist das denn? Der ist tot. Der Zweiter kommt. Der ist doch verdeckt. Ich kann nichts machen. Moichel doch. Nicht schlecht. Warum leckt das so? Alter, so hat das doch noch nie rumgeleckt. Gibt's ja nicht. Das gibt's ehrlich nicht. Einfach draufhauen. Das geht viel schneller. Damn, damn. Komm her. Das hat weh. So, alles mitnehmen. Waffen kannst du einstecken. Alles mitnehmen. Auch die Truhe hier. Okay, jetzt werden die Schlösser langsam mit drei. Eins, drei. Nix für mich. Zerlegen. 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 Oh, das wird jetzt erstmal dauern. Also, so viel Zeit muss meistens sein. So, das war's. Moment mal, was ist hier los? Pumas! Ach so, ja. Nicht Puma, Gepard. Gepard! Geopard! Und schiss. So, hier müsste noch einer sein. Warte. Wenn's jetzt ein Wahn ist, den könnte ich locker meucheln. Ist ein Gepard, aber von hinten... Ein Wildschwein! Er hat mich noch nicht gesehen. Stürk! Stürk! Ich töte dich wie Ezio. Wichser. Komm schon! Das ist alles, was du drauf hast. Damit würde ich sagen, den Lederhelm könnten wir anziehen. Hm, müsste aber ein bisschen verbessert werden. Kein Problem. Nein, 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 nein. Moment, 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 Moment. Der gibt mir keine wirkliche Sicherung für Stichwaffen. Aber Kreuzhammer, den würde ich doch gerne mal aufwerten. Geht nicht. Na gut. Ähm. Dann ziehen wir ihn mal an. Natürlich als Main-Hunt und das als Second. Jo, das Ding sieht schon mal episch aus. Mal sehen, ob das epische Ding auch was drauf hat. Hallo! Was hast du davon? Gut, wo sind wir denn? Ähm. Wo war denn? Aha! Aha! Das heißt, sehr weit sind wir vom Weg eigentlich nicht abgekommen. Erstmal speichern. Das sieht hier sehr gefährlich aus. Und ein Haus. Da gehen wir jetzt rein. Da können wir nicht rein. Da können wir nicht rein. Ein Portal! Auf jeden Fall müssen wir das entdecken. So. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Ähm. Wir müssen ja nach Hatmandor. Das ist das. Das da. Oder was auch immer. Wir könnten in diese Sackgasse, in diese Sackgasse. Eigentlich ist beides dasselbe. Das heißt, ich würde sagen. Ine mine mu und raus bist du. Komm mal her. Was auch immer du bist. Komm mal her. Scheiße, ein Wahn. Den hätte ich ja locker mäuschen können. Nein, egal. Kreuzhammer. Tötet alles. Und jeden. Den Bogen möchte ich, dass das so zulegen. Zulegen. Und tschüss. So, was hast du hier bewacht? Aufgegebene Werkstatt. Hm. Sehr interessant. Interessanter wäre, wenn hier noch was wäre. Sah aus wie so ein kleines Dorf. Was dann von dem Wahn, glaube ich, gekillt oder vertrieben wurde. Hm. Na schön. Können wir da irgendwie hoch? Ja. Also, besser Aua. Also, gut gesagt. Nichts zu plündern. Gehen wir zurück. Das heißt, die andere Richtung müssten wir jetzt. Da ist ja eigentlich auch noch eine Sackgasse, oder? Ja. Da ist auch noch eine Sackgasse. Wollen wir hier noch eine Sackgasse? Ja. 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 Stirb. Das ist gut. Wobei ich sagen muss, das wusste ich selber nicht. Je mehr ich den Gegenangriff reinstecke, umso cooler... Spinnenloch? Ne, da gehe ich jetzt nicht rein. Umso cooler und mehr Schaden machen die Gegenangriffe auch. Das ist sehr interessant. Das wusste ich noch vorher gar nicht. Aber das ist einfach, was soll ich nicht hören... Ich glaube, es ist... Und das ist auch wichtig. Wer ist das hierines스를 suivre. Ich glaube, sich da τον wir zusammenkommt. Vielen Dank.